Juhu. Ja, auf ein neues. Ich bin mir nicht sicher, ob es diesmal besser klappt, aber zumindest habe ich alle Charaktere auf, ähm, Ekstase-Maximum gebracht und, ähm, ich werde erstmal ihm sofort Bahamut um die Ohren hauen, damit er gleich mal ein bisschen was einbüßt. Moment, erstmal spreche ich ihn an. Genau. Weil ich glaube, das erhöht ihre Magie oder irgendwie sowas. Ja, okay, die Zauberabwehr steigt. Au. Ah, toll, und sie wird gleich... Oh, nee, oder? Das ist jetzt ein Scherz, dass sie mir sofort Yuna kalt macht. Na, super. Hätte mir ja wenigstens noch die Chance geben können, sie vorher zu heilen. Aber Gott sei Dank ist ihre Ekstase noch da. Ähm... Ja gut, dann nehmen wir erstmal die Ekstase von Aura. Sollen wir auch recht sein. Okay, das hat schon mal ein bisschen was gebracht. Dann gleich noch die Ekstase von Wakka hinterher. Ist jetzt glaube ich egal, was ich da drücke, weil, äh, er ist sowieso nicht elementanfällig. Okay. Na toll, jetzt müsste ich eigentlich mit Yuna Oran heilen. Ja, es hilft ja nichts. Verdammt, er verbaut mir die ganze Zeit meinen schönen Bahamut. Ähm... Nein, ich fühle nichts wieder, ähm... Wo ist es denn? Verdammt. All Heilmittel. Okay, aber jetzt. So. Jetzt kriegt er richtig was zu sehen. Oder zu spüren. Wie auch immer. Oh, ich bin gerade total erleichtert. Ich dachte gerade, ich habe keine Zigaretten mehr. Jetzt habe ich gerade eine Schachtel in meiner Tasche gefunden. Passt überhaupt nicht zum Let's Play, ich weiß. So, Megaflare. Mit diesen paar Attacke haben wir ihm eigentlich, glaube ich, schon so ungefähr die Hälfte der HP abgezogen. Nicht ganz, aber fast. Auch wenn er sich jetzt ein bisschen heilt. Ja, und jetzt darf er Bahamut gleich noch verbannen. Ja. Aber immerhin, eine Attacke haben wir mit ihm ausführen können. Und vielleicht kriegen wir ja Juna dazu, dass sie nochmal eine Bestia beschwört. Okay. Jetzt ist ganz wichtig. Ähm... Wen nehme ich denn als nächstes? Moment. Erstmal muss ich dafür sorgen, dass hier ordentlich geheilt wird. Den Juna brauche ich, weil die beherrscht den Anti-Z-Zauber. Oh, Flair. Okay. Das ging noch, das ging noch. Ähm, ich nehme jetzt hier Lulu. Und jetzt kriegt er Bio um die Ohren geschleudert. Warum Bio? Weil er nämlich eigentlich, ähm, theoretisch nicht ganz immun ist gegen Gift. Und vielleicht habe ich ja Glück und kann ihn vergiften. Warum steht er jetzt immun daneben? Daneben. Immun. Ach, scheiße. Theoretisch geht's aber, glaube ich. Ähm... Ich werde es auch weiter probieren, weil, wenn ich ihn vergiften könnte, dann wäre das echt die halbe Miete. Dann bräuchte ich eigentlich nur viel Geduld. Oh, Spezialmagie, nicht gut. Ähm... Kimari. Halt. Und Totalabwehr. So, wen hauen wir als nächstes raus? Ähm... Tidus. Gemetzel. Oh, das macht nicht viel Schaden gerade. Jetzt kommt er wieder mit Reflektar her, verdammt. Ähm... Luna. Antizauber. Jetzt habe ich natürlich nur noch Riku im Ekstase-Modus. Nur das, was die bastelt... Ja, ich kann's jetzt einmal, probiere ich's. Ähm... Vielleicht kommt ja doch noch was Sinnvolles zustande. Ähm... Ja, diese Sachen nicht. Nee, nee, nee. Ich... Ich, ähm... Nehm jetzt mal... Was nehm ich denn? Eine Rauchbombe. Ne, halt. Ich nehm ne Gift... Eine Rauchbombe und ich probier das jetzt einfach. Oh, okay. Oh, klasse. Ich habe ihn mit Stumm belegt. Das wird wahrscheinlich nicht lange halten. Ach, scheiße. Und meine Titel... Äh... Jetzt habe ich Kimari ausgewechselt. Okay. Ich habe es mit zwei Charakteren überlebt. Die Frage ist nur, wie lange. Erstmal... Erstmal... Wiederbeleben. Ja, Kimari war ja mit Totalabwehr belegt. Ich hätte danach keinen mehr austauschen dürfen. Okay, Wakka. Erstmal... Muss ich meine Charaktere heilen. Das hilft ja alles nix. Und er ist vergiftet. Oh, Gott sei Dank. Ich habe es geschafft. Okay. Alles klar. Wenn er jetzt vergiftet ist, dann zieht ihm das regelmäßig HP ab. Und ich kann mich tatsächlich in Anführungsstrichen darauf beschränken, mich zu heilen. Erstmal spreche ich ihn nochmal mit Kimari an. Er wird sich mit Sicherheit irgendwann heilen. Aber ich weiß jetzt, Stumm und Gift funktionieren tatsächlich. Und wenn er mit Stumm belegt ist, dann kann er keine Schutzzauber auf sich sprechen. Also haue ich jetzt drauf. Oh, schon wieder Spezialmagie. Na, klasse. Ja, toll. Und jetzt kann ich total abwehrlich benutzen, weil Kimari nicht im Ekstase-Zustand ist. Scheiße. Habe ich irgendein Item, das ihn in Ekstase versetzt? Nee, na, scheiße. Okay. Okay. Ich versuche mal, ob ich mit Yuna... Yuna ist noch in der Totalabwehr, so wie es aussieht. Ja, okay. Dann versuche ich es jetzt mit Tidus. Vielleicht kriege ich zwei Charaktere durch. Wer weiß. Zumindest mit Shell. Und jetzt gebe ich allen nochmal Hass. Ja, das bringt, glaube ich, nicht viel. Spezial. Anpeilen. Tags. Ich haue jetzt einfach hier nochmal drauf. Genau, dann kann ich ihn nochmal mit Shell schützen. Vielleicht bringt es ein bisschen was. Und ansonsten weiter draufhauen. Wakka macht ja ganz gut Schaden. Tidus auch. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich alle Charaktere schon drin? Ich glaube, Oran hat mir noch gefehlt. Ich habe ihn! Oh, das war jetzt ja gar nicht so schwer. Oh, geil! Ja, nur die richtige Taktik. Ja, das Gift hat schon durchaus geholfen. Und dass er halt keine Gegenzauber mehr sprechen konnte, weil er mit Stummen belegt war. Du könntest ihn mal besegnen, Juna. Dann hätten wir Ruhe. Oh, ich habe doch alle drin gehabt. Okay. Ich habe vergessen, ihn zu beklauen. Scheiße, das hätte jetzt bestimmt irgendwas Schönes gegeben. Ach nee, das war ja, glaube ich, nur das Elixier. Okay, darauf kann ich verzichten. Ich werde sie, wenn er, die Zähne werden. Ich werde sie zuerst sein. Es wird sie nicht zuerst sein. Ich werde sie nicht zuerst sein. Sie werden sie nicht zuerst sein. Lies. Lies. Wenn er die Zähne wird, Sins... mein altes Mann. You hit your head! Sin is my old man. My old man became sin. I don't know how or why he did it. I felt him inside. And when I did, I knew it was true. My old man, Spira, is suffering. Sorry. Even... knowing that Sin is your father? Still, you know I must. I know. Let's get him. I think my old man would want that. You'd fight your own father? Yeah. No problem there. About your old man. You sure this ain't some kind of bad toxin dream or something? Then... Chapu... I... I... I think I'll just pretend I didn't hear nothing. I'm getting a little confused, yeah? Why... Why'd all this have to happen? We'll learn when we arrive. Soon. Yeah. Jetzt haben wir wenigstens alle keine Geheimnisse mehr voreinander. Ähm... Ich nehme an, hier geht's weiter. Wir wissen, dass Juna sterben muss. Juna weiß, dass Sin Jacked ist. Und... Dann hat vielleicht dieses ewige Schweigen auch von Oran mal ein Ende. Oder allgemein das ewige Schweigen. Erstmal speichern wir das natürlich ab, unseren schönen Erfolg. Okay. So. Und dann maschinen wir weiter auf dem Berg Gagazit. Oh. A-What are those? Those are faith. Oh. A summoning. Someone is using these faith. Someone is drawing energy from all of them. This many!? Who wields power on this scale? And what could they be calling? Hey, you know something, don't you? Spill the beans! Look not to others for knowledge. This is your journey, too. Yuni might die, you know? No. Ahren's right. Huh? This is our... This is my story. Woah! Hey. Hey. Okay. Okay. Ach, ich kann steuern, okay. Also wir befinden uns gerade in Zanacant. Anscheinend eine Vision von Tidus. Okay, da können wir jetzt nichts mehr machen. Ich kann eigentlich jetzt hier nur weiter gehen. Ich nehme an, dass ich da jetzt nicht rein kann. Doch, oh, kann ich sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist wohl definitiv eine Vision oder ein Traum. Oh. 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 Das war nicht die erste Mal, die wir haben. Ich habe dich schon lange kennengelernt. lange 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 lange. Ich... Ich fühle mich auch. Ich fühle mich, dass ich dich auch wissen. Wo bin ich? Ha ha. Schöne. Ich habe dich nicht in deinem eigenen Haus. Oh. Oh. ße Sie. Was ist das? Es ist ein Traum? Was ist das? Also. Eine Traum? Eine Traum? Das ist das? Du bist dummer! Du bist so? Das ist jetzt mal eine ziemlich verwirrende Aussage. Ich guck mal kurz, ob ich in die Küche gehen kann. Er wohnt ja ganz nett hier. Ich glaube, wir sind jetzt nicht dazu da, uns seine Einrichtung anzugucken. Ja gut, wir wollen jetzt natürlich wissen, was los ist. Ja, mit Machina. Ja, ein Krieg zwischen Zanarkand und Bavell. Bavell, die Machina, hat ihre Verkauf von Anfang an. Spira hat nie gesehen, wie so eine Worte. Die Summoner von Zanarkand hat nicht eine Chance bekommen. Zanarkand hat sich in die Oblivion gemacht. Das ist das, wir versuchen es zu retten, wenn nur in einer Erinnerung. Was hast du gemacht? Die Resten Summoner und die Stadt, die in der Krieg überlebt haben. Sie alle gewordenen Fäith. Fäith für die Summoning. Die Summoning? Du meinst du Sinnen? Nein. Ich meine, diesen Ort. Ein Zanarkand, der nie lebt. Was? Was? Die Räume der Fäith haben die Erinnerungen der Stadt. Sie haben alle die Gebäude und die Leute, die dort leben. Die Leute? Was? Sie sind alle Räume? Ich auch? Ja, du bist ein Räume der Fäith. Sie, dein Vater, deine Mutter, alle alle Räume. Und wenn die Fäith stopt von Räume... ... und wir haben alle Räume. Nein! Also, was wenn ich ein Traum bin? Ich... Ich liebe hier sein. Wir haben so lange gedacht, wir sind verletzt. Du und dein Vater, wir lassen uns resten? Du und dein Vater, wir haben durch Sin... Sin... Derjenige, der um alle Spirale, die Spirale, erläutert. Was hast du gesagt? Sie sind jetzt mehr als nur so. Wake up! Wake up, bitte! Bitte! Ein bisschen mehr. Und vielleicht... Vielleicht du bist der Traum, der ender unsere Traumung zu Ende. Du bist gut? Du bist gut? Oh... Hey! Wir waren so Angst vor dir. Du bist okay? Ich... Ich bin okay. Was hat sich passiert? Nichts. Ich schaufe. Ich war schrecklich. Ich war schrecklich. Du hast mich geholfen. Und ich wunderte. Ich ich... Naja... Äh... Naja... 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 Habe wie eine gute Nacht... Naja... Naja... Und wir können das Ganze beenden, wir können die Astra erlösen, was aber bedeuten würde, wenn sie aufhören zu träumen, dann würden wir erlöschen, was wir ja nicht wollen. Aber vielleicht ist das der Schlüssel zu dem Ganzen. Ihr könnt mir da auch gerne eure Gedanken dazu schreiben, denn das ist was, was wirklich sehr komplex ist in diesem Spiel, dieser Teil der Handlung. Tidus ist ein Traum der Astra und wie real kann ein Traum sein? Er war im Traum der großen Stadt Zanacant, die aber auch nicht real war und wurde dann in diese vermeintlich reale Welt Spira gebracht. Das ist wahrscheinlich die Verbindung, dass er von einem Traum in die Wirklichkeit übergetreten ist. Jetzt sind wir aber in einem neuen Bereich, den wir, ihr könnt es euch denken, morgen erst erkunden werden. Und zwar in einer Höhle, in einer Berghöhle von Gagazit. Da gibt es einiges zu entdecken und zu erleben. Und auch wenn wir jetzt nicht sehr viel getan haben, abgesehen davon, dass wir Seymour besiegt haben und ein großes Geheimnis anscheinend entdeckt haben, abgesehen davon haben wir heute nicht sehr viel Spielfortschritt erreicht. Das wird sich aber morgen wieder ändern, wenn wir diese Berghöhle durchstreifen. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.